Finanzkollaps der gesetzlichen Rentenversicherung droht der gesetzlichen Rentenversicherung ab 2025 das Finanzierungschaos. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ein ganz, ganz heikles Thema ist die Frage der finanziellen Zukunft der gesetzlichen Rentenversicherung. Im alten Jahr 2022 hat der Bundeskanzler mit ein paar bemerkenswerten Sätzen eine sagenhafte Diskussion um das Thema der gesetzlichen Altersrente losgetreten. Und im gleichen Atemzug ging ja dann auch der Arbeitgeberpräsident Dulger mit in die Diskussion rein und forderte die Abschaffung der Rente mit 63. Und wir haben ja auch im Vorfeld der bemerkenswerten Sätze des Bundeskanzlers durch den Bundesminister für Arbeit und Soziales erfahren dürfen, dass wir ab 2025 in einer ganz, ganz schweren Situation im Sinne der gesetzlichen Rente sein werden. Und dieses Thema, die Thematik der Zukunft der gesetzlichen Altersrente, wird uns auch im Jahr 2023 definitiv nicht loslassen. Wenn ich also ins Internet schaue, zum Beispiel heute am 7. Januar 2023, sehe ich schon wieder die ersten Beiträge zu diesem Thema. Und es geht letzten Endes darum, zu ergründen, welche richtigen Wege, welche tatsächlichen Reformen wir für die gesetzliche Rente hier in Deutschland brauchen. Und das Kernproblem bei der ganzen Geschichte ist, dass die Politik leider nicht auf die Bevölkerung hört und dem Wunsch der Bevölkerung nach deren Reformwünschen nachgeht. Und einer der ganz großen Reformwünsche der Bevölkerung war und ist es, dass wir eine einheitliche gesetzliche Rentenversicherung und auch eine einheitliche gesetzliche Krankenversicherung haben sollten. Alle anderen Vorschläge, die bisher auf dem Tisch sind, bedeuten nichts anderes als massive Leistungseinschnitte für die gesetzlichen Rentner ab dem Jahr 2025. Also die Rente mit 63 sollte am liebsten von Herrn Dolger abgeschafft werden. Das Renteneintrittsalter soll erhöht werden. So plant es zumindest die Union und viele andere hier auf dem Tisch liegende Vorschläge. Aber letzten Endes an das tatsächliche Übel in der gesetzlichen Rentenversicherung geht doch wirklich keiner ran. Und das ist die Frage, wie wir die Finanzierung der gesetzlichen Rente auf saubere und zukunftsträchtige Beine stellen. Und da gehört es einfach dazu, dass alle Menschen in Deutschland, alle Beamte, Richter, Staatsanwälte, Polizisten, Selbstständige, Rechtsanwälte, Rentenberater, Arbeitnehmer und so weiter in die gesetzliche Rentenkasse einzahlen. Als einheitliche Rentenversicherung. Wir brauchen keine zusätzlichen Versorgungswerke. Wir brauchen keine Beamtenversicherung oder wir brauchen keine Beamtenpension. Wir müssen eine gesetzliche Rentenversicherung herstellen. Und selbstverständlich sollten wir dann im zweiten Schritt auch darüber nachdenken, wie wir die gesetzliche Rentenversicherung dann noch zusätzlich finanziell unterstützen. Und eines meiner Hauptforderungen war da immer schon, schaffen Sie endlich die Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung ab. Schaffen Sie die Riester-Rente ab. Schaffen Sie diese ganzen Steuervorteile ab. Dann haben wir wirklich viel mehr Geld auch für eine Aktienrente in der gesetzlichen Rentenversicherung, die ich im Übrigen persönlich gar nicht für so schlecht halte. Aber was nützen mir denn 10 Milliarden Euro im Jahr für eine Aktienrente? Da kommt doch gar nichts letzten Endes dabei heraus. Die entsprechenden Meldungen und Hinweise von Finanzmathematikern sagen, dass wir im Jahr hunderte von Milliarden Euro brauchen, um dort ein entsprechendes System zukunftssicher aufzubauen. Also meine Damen und Herren, ich glaube, dass 2025 das entscheidende Jahr für die gesetzliche Rente wird. Wir werden ganz viele neue Rentnerinnen und Rentner haben, die Babyboomer kommen. Die finanzielle Belastbarkeit der Menschen in Deutschland durch die gesetzliche Rente wird an Grenzen getrieben. Das heißt also, wir werden auch höhere Rentenbeiträge für die Zukunft haben. Und vor allen Dingen werden wir immer mehr Rentner haben und immer weniger Beitragszahler. Und das ist ein Zustand, der an sich schon viele Jahrzehnte bekannt ist. Aber unsere Politik hat in den letzten Jahren einfach nichts gemacht. Und das ist grob fahrlässig. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.